Diese Woche steht im Zeichen der Umsetzung des Konjunkturpaketes. Da wird gleich der Andi Jung noch was zu sagen zu den Steuergesetzen, zum Nachtragshaushalt und zum Haushaltsbegleit gesetzt. Und der zweite große Punkt ist Europa. Wir werden am Donnerstag die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin haben, auch zu Beginn der Ratspräsidentschaft, die ja nun bald starten wird. Das ist für uns als Unionsfraktion eine ganz, ganz wichtige Wegmarke. Es sind viele Dinge in dieser Ratspräsidentschaft zu lösen. Das ist der mehrjährige Finanzrahmen. Das ist die Organisation des europäischen Corona-Rettungspakets. Aber uns als CDU, CSU, Bundestagsfraktion ist es auch wichtig, dass wir Europa weiterentwickeln. Europa hat momentan das Problem, dass es großen Zentrifugalkräften ausgesetzt ist, dass viel auch angezweifelt wird. Und wir wollen als Unionsfraktion diese Ratspräsidentschaft dafür nutzen, um auch den Geist von Europa, die Idee von Europa entsprechend voranzutreiben. Wir haben in der Vergangenheit viel zu viel über Geld und Institutionen geredet. Jetzt geht es auch darum, über Ideen zu reden. Und was uns ganz besonders wichtig ist, was uns auch übrigens im Konjunkturpaket besonders wichtig war, das ist einfach der Punkt, wie wir Zukunft organisieren. Zukunft bedeutet Klimaschutz, das ist überhaupt keine Frage. Zukunft bedeutet aber auch Technologie. Wenn man das zusammenführen kann, wie beispielsweise in der Wasserstoffstrategie, ist das gut. Aber Technologie geht auch weiter. Es geht um Digitalisierung. Es geht um künstliche Intelligenz und Quantencomputer. Ein weiteres Thema, was leider in den letzten Tagen sehr, sehr wichtig geworden ist, aufgrund der aktuellen Ereignisse in den Vereinigten Staaten, ist das Thema Rassismus. Und das nehmen wir als Unionsfraktion sehr, sehr ernst. Ich glaube nicht, dass die Vorwürfe richtig sind, die von linker Seite geäußert worden sind, dass wir in unseren Sicherheitsbehörden einen strukturellen Rassismus haben. Dagegen verwahren wir uns auch. Und ich werde deswegen morgen auch mit den Kollegen und Kolleginnen aus dem Innenausschuss die Bundespolizei besuchen, um ganz bewusst ein Zeichen zu setzen und zu sagen, wir stehen hinter unseren Sicherheitsbehörden und wir wehren uns auch dagegen, dass solche Vorwürfe entsprechend erhoben werden. Aber trotzdem, und das ist überhaupt keine Frage, müssen wir uns immer wieder hinterfragen. Es ist absolut okay, dass da jetzt eine Debatte angestoßen worden ist, ob Begrifflichkeiten im Grundgesetz richtig sind. Wir nehmen auch diese Debatte sehr ernst. Das ist aber nicht eine Sache für Schnellschüsse, sondern es ist eine Sache, die sehr, sehr ausführlich geprüft werden muss. Es geht um den Kern unseres Grundgesetzes. Das heißt zumindestens um den entsprechenden Artikel. Und deswegen werden wir uns da auch sehr, sehr intensiv mit beschäftigen. Es geht aber auch darum, dass man praktisch was tut. Und deswegen wird es diese Woche auch das Gesetz gegen Hass im Netz geben. Das ist ein wichtiger, konkreter Schritt gegen den Rassismus in Deutschland. Aber nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass wir diese gesellschaftliche Diskussion, die da jetzt angestoßen worden ist durch den schrecklichen Todesfall in den Vereinigten Staaten, dass wir die hier auch führen müssen. Auch wenn wir überhaupt nicht mit den Vereinigten Staaten vergleichbar sind. Wir als Union möchten, dass sich alle Menschen, egal wo sie herkommen, wie sie aussehen, was sie glauben, was sie denken, welche Orientierung sie haben, in diesem Land wohlfühlen. Wir kriegen Rückmeldung, dass das nicht bei allen so ist. Und da müssen wir gegen kämpfen. Das ist eine gesamtpolitische Aufgabe, die wir, wie gesagt, sehr, sehr ernst nehmen. Das ist eine gesamtrische, die wir, wie gesagt, sehr, 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 sehr gut verhältig sind. Untertitelung des ZDF, 2020